Deutsche Memes, also die Leute, die hier abonniert haben, sind auf jeden Fall, die sind im Gönner-Modus und machen kein Auge. Küsse gehen raus. Ehre. Spielraum mehr und keine Zeit zu warten, da müssen wir dann unmittelbar eingreifen und helfen. Die Jara, Paramache mit der Fank, alle, alle. Was ist das? Ist die Tat der offenen Tür oder was? Ich blieb gleich deine Nase, macht schmack. Was tut weh? Fame-Schaben? Was? Fame-Scheme? Fremdscheme. Fremdscheme. Der Pilz an Montes Pimmel mit 2 Euro, kommt nächste Woche wieder aus dem Urlaub, kauf schon mal Creme. Ey, Muhadir, Digga. Deine Fans warten. Wann machst du ein neues Musikvideo, Allah? Wir warten. Ey, wah. Muhadir, 6, 5. Pot, pot. Ich sag dir das ganz ehrlich und das hab ich auch Tommy schon oft gesagt. Tommy ist wie mein Bruder, den ich nie hatte. Leider wohnt er sehr weit weg, so. Aber Tommy ist wie mein Bruder. Er wird's auch immer sein. Er ist der Bruder, den ich nie hatte. Ja. Cool, Tommy, dass du dem ja auch zustimmst und mir auch liebe Worte rüberstehst. Kuss. Danke dir, Digga. Oh mein Gott. Ach du Scheiße. Mach diese Kamera scheiße weg. Warte, meine Handi ist untergefallen. Sie ist doch nicht dein Ernst, oder? Hast du's reingeschmissen? Oh mein Gott, Digga. Sir, do you know I... Can I see your license and registration, please? Sure. Hey, babe. Was really hot, but I saw the pictures and I looked like Catwoman crawling up the side of the building. Up to your bedroom to peg you. Can you stop? Ja, 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 die Polizei ist hinter uns. Ja. Ja. Ja, was ist denn los jetzt hier, Kollege? Kann ich jetzt weiterfahren? Ne, jetzt kommen die von vorne. Ja, moin. Zum Glück hab ich an... Ach, damit du nicht wegfahren kannst. Ja, ja. Rumi, du bleibst hier sitzen, ich lege das kurz. Excuse me, what the fuck? weißt du was mich gerade die ganze zeit nervt ich kann mich nicht konzentrieren siehst du die schränke da oben guck mal der erste schrank mit dem unteren passt genau oder nicht der erste obere mit dem unten passt genau der zweite nicht obwohl sieht gleich groß aus es stresst mich gerade richtig so am wochenende gemacht wenn ich fragen darf weil der trainer hat ja gesagt ihr sollt jetzt nicht unbedingt so weit weg fliegen was macht man dann in so einem freien wochenende ich war in dubai wissen wer deine mami ist ring um die hundert bad bitches für half die abi nütz geht zur seite chabos wissen wer hier billig ist auf tiktoks nacken neue leute für only fans gewinn charakter ist aus gold dein vater sicher stolz nicht salimo doch angelehnt auf elisa und nicole doch ist nicht meine sorge aber was ich mich frag warum dir deine eltern teil einem jungen namen gab du hast erst die 40k aber eins ist sicher in den jungen jahren mehr brust gemacht als bodybilder die es mir nicht geglaubt haben der beweis staatsangehörigkeit deutsch türkisch glaubt ihr es mir jetzt dass das türkische blut in meine adern fließt fließt frage wie viele buchstaben hat das alphabet 32 und wie viele vokale hat es einfach mit die leute heutzutage in dieser zeit die sind nur so lange mit dem bisschen von dem profitieren ich weiß nur dass du glaube ich drei wochen oder so in albanistan warst oder so keine ahnung was habt ihr zu beilachen bekommen halt dein maul du arschloch okay oh wie schön was auch hier ist sorry ich am mann würde sowas nehmen oha leute ihr seid schon gemein aber fragen sie mal würdest du mich nehmen aber schon okay einfach auf das sind ein zwei tagen einfach schon 2021 ist so ja das hier ging so krass vorbei stormy was soll denn das hör auf mich zu kitzeln wirst du das so sein lassen hör auf wirst du das so sein lassen Hallo sie scrutin ha 不 Bis zum nächsten Mal.